Es ist der 17. August und wir feiern heute den Namenstag von Janine und von Janina. Ja, was heißt der Name eigentlich? Der Name ist eine Nebenform oder Koseform des Namens Johannas und das bedeutet so viel wie, der Herr ist gnädig. Aktuell ist Janine 26 Jahre, Janina ist 25 Jahre alt im Median in Deutschland. Ja, warum feiern wir heute den Namenstag am 17. August? Das liegt am Todestag der Johanna vom Kreuz. Die ist nämlich am 17. August 1736 gestorben. Sie hat das Institut der Schwestern vom Heiligen Anna von der Vorsehung gegründet und wurde auch 1982 heiliggesprochen. Ja, welche berühmten Janinas? Janines kennen wir eigentlich. Und die Janina Use, die Schauspielerin Janine Kunze, die Schauspielerin und auch Janina Fautz, die ebenfalls Schauspielerin ist. Alles sehr künstlerische Dame. Ja, weitere Informationen zu Namen, Namenstagen, Namensbedeutung und so weiter. Unsere App Namechecker, die kann man sich im App Store und bei Google Play herunterladen. Und wie man Namenstag im Dialogmarketing einsetzen kann, das erzählen wir unter www.marankun.de-namenstage. Herzlichen Glückwunsch an Janina und Janine.